Boah Junge, ey was ist los mit dir? Gib mal die Cola, ey. Guck mal hier. Danke. Scheiß Dreckskauf, was ist los? Wir müssen schieben oder so? Warte, 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 warte. Mann, ey. Fertig. Boah, ey. Was ist mit dir da hinten? Alles muss man selber machen, ne? Ja, die sieht gut normal aus. Geh mal weg da. Komm, lass uns, ey. Nein, 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 warte, 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 du schaffst das, du schaffst das. Ich bin ein Löwe, hallo. Ich bin ein Löwe. 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 Ey, wenn du willst, kann ich dir das beibringen? Mir beibringen? Ich wohne 500 Kilometer weit weg von hier. Das ist eh keinen Tank für mich. Ich bin ein Löwe. Hey, hey, wo ist das Problem, wo ist das Problem? Mein Auto funktioniert irgendwie nicht. Dann kann ich ja weiterhelfen. Warte mal kurz, was ist das im Gesicht? Mika, komm raus, er liegt auf dem Boden. Komm schnell. Mika, komm raus. Komm, komm, er liegt auf dem Boden. Mika, deine Schuhe, deine Schuhe machen. Mika, komm. Warte mal kurz, komm mal kurz. Du bist auf der Geier-Modus. Was? Du bist bei der Zeit? Egal, wir waren Freunde bis zum Treffer. Wofür sind die Freunde da? Ich hab da die Dose-Mobie, ja? Bruder, ich hab dais eine Scheiße. Ich hab dais eine Scheißeipfel. Bruder, bist du doof weiter? Nein, Bruder! Wofür sind Brüder da? Bist du doof? Wir trinken da zusammen, Mann! Ja, okay, Bruder. Wir sind in der Folge, ne? Guck an! Hey, Guck an! Geht ab, Bruder! Was ist das? Hast du meine neue Freundin, Bruder? Ja, Bruder, meine neue Freundin! Eine neue? Hast du schon gesagt, teile mal alles, Bruder? Bruder, Oma, Oma! Okay, warte, warte, warte! Bruder, lass mich doch die Brille aufheben! Ich hab die doch als erstes gesehen! Okay, wir machen den Chinchashop! Ah, Mann! Was geht hier ab? Pssst! Sag mal ganz kurz ruhig, bitte, ja? Guck mal, wer denn bis zum Backflug macht, okay? Eins, zwei, drei! Das war beides gut! Also, ich fand eigentlich auch beide gut! Liegestütze? Ja, Mann! Okay, ich hab keinen Bock mehr! Wisst ihr was? Macht doch beide einfach ein Wettrennen! Und wer da schnellst ist, darf die Sonnenwolle aufheben! Ja, Mann! Auf die Kette! Fertig! Los! What a wonderful world! Das war's für heute. Guck mal, sind wir nicht ein schönes Paar? Doch, voll lange schon zusammen. Ich liebe dich einfach. Ich bin glücklich, dass ich dich habe. Ehrlich, du bist einfach mein Leben. Oh mein Gott, Louis wie Tortasche, Louis wie Tortasche. Schatz, mach doch mal was. Willst du mich verraschern, meine Tasche? Baby, ich hol dir die Tasche. Oh man. Oh fuck man, was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Warte, warte, warte. Wir klären das anders. Wie denn? Ich gebe dir mein Handy. Gib mir die Tasche. 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 Okay. Willst du mich verarschern, wo ist meine Tasche? Die war von Louis wie Tortasche. Warte, baby. Wer ist der Beste? Hä? Oh mein Gott. Du bist der Beste. Ich weiß doch, Schatz. Komm, wir gehen ein Eis. Was willst du? Willst du mich verarschen? Gib mir deinen Code. Hä? Wieso hast du dir mein Handy gegeben? Mann, Baby. Ich wusste ganz genau, dass du zurückkommen willst. Weißt du warum? Warum? Weil dieses Handy kam an Orten und plus das hat einen Code. Und so habe ich deine Tasche genommen. Scheiße, warum bin ich nicht mal gefickt? Warum bin ich nicht mal das Opfer? Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich packe mein Herz bei dir heute. Was? Oh man, oh man. Not again. Yeah, I... Wer ist das? Ja, Baby, das ist nur ein bester Freund. Oh man, oh man. Ja, der packt dich doch am Arsch. Ja, aber Baby, das ist doch nur ein bester Freund. Hä? Äh, ich bin nicht. Warte mal, warte mal. Wir sind seit fünf Jahren zusammen. Warum hast du mir noch nie dein Handy gegeben? Äh, du hast mich nie gesagt. Doch, ich hab dich gefragt. Ja, ich will dein Handy haben. Ey, immer das gleiche Problem mit dir, Alter. Ich will jetzt, danke. Weißt du was? Verwiss ich einfach. Ey, was? Willst du mich verarschen? Was denn? Was ist das? Was ist das für eine Hure? Wer? Baby, guck mal. Guck mal, Schatz. Das ist ein Freund. Wenn Sie glauben sollten, dass die Geschichte auf Tatsachen beruht, haben Sie recht. Es gibt Berichte, die bestätigen, dass sich vor Jahren etwas Ähnliches in Washington D.C. ereignet hat. Bruder, so klärt man Nummer. Ich hab' ich glaub' ich dann gar nicht. Sie like the fuck we suck, suck the fuck, I'm the ice cream man. Kannst du vielleicht benutzt, einen Kopf zu machen, wenn mir das per WhatsApp nicht kennt? Warum? Weil mein Handy aufs ist. Achso, ja, okay, lass. Bruder, nimm doch mein Handy. Okay, ich will fest. Ey, Bruder, Bruder, Bruder. Ja. Die eine von letztens, ne? Diese Mädchen. Ja, Bruder. Ich hab's mit Fert, Bruder. Wie, wie, wie? Das ist meine Freundin. Was? Das ist meine Freundin? Ja, Bruder. Eine Freundin? Eine Freundin? Eine Freundin? Eine Freundin? I'll tell you all about it when I see you. Freust du dich nicht für mich? Natürlich nicht, Junge, natürlich nicht. Geh, geh weg. Beste Freunde waren wir für immer. Aber komm nicht wieder zu mir an. Ich will dich schaffen, du betriegst. Was was auch so zählend ist. I love it. Betriege. Dann. Sch режим. Dann. Vielen Dank.